Was bleibt vom Hype? Eine Frage, die man sich durchaus stellen kann. In wenigen Wochen öffnet die Spiele 2023 ihre Pforten. Ihr werdet jetzt überall ganz viel Content bekommen, in Blogs, in Podcasts, auf YouTube, wo euch Leute Spiele schon mal zeigen werden. Vor allen Dingen wird es natürlich viele Vorfreude-Videos geben, wo euch Leute sagen, auf welche Spiele sie ganz besonders gespannt sind. Und ja, da ist natürlich die Frage, was bleibt davon, was ist jetzt wirklich toll, wovon hört man vielleicht nächstes Jahr oder im halben Jahr schon nichts mehr. Und deswegen habe ich mir jetzt mal die Hotness-Liste von BoardGameGeek zur Spiele 2022 vorgenommen. Das habe ich ja im letzten Jahr auch schon mit der Liste davor gemacht. Und wir gucken uns das einfach mal gemeinsam an, welche Spiele sind wirklich im Gerede, welche Spiele haben sich irgendwie durchgesetzt und welche Spiele waren da irgendwie ganz oben in der Hype-Liste. Und dann hat man irgendwie nie wieder was davon gehört. Das kann ja durchaus mal passieren. Hier sehen wir jetzt die Plätze 26, 27 und 28. Meadow-Erweiterung, Erweiterung, die laufen ja einfach immer so durch. Da gibt es wenige, die wirklich große Wellen schlagen. Resist hat immer noch keinen deutschen Verlag. Winter ist, glaube ich, auch noch nicht rausgekommen. Aber wir klicken uns einfach mal durch und fangen einfach mal mit Platz 25 an. Los geht's mit Universalis, The Price of Power. Ein Spiel, ihr seht es schon, Komplexitätsrating 4,64. Das hat auch schon fast 200 Stimmen. Die meisten haben es mit einer 5 bewertet. Also es soll schon wirklich echt krass intensiv sein. 300 Minuten Spieldauer, wahrscheinlich mit 4 Personen. Und Erstlingspartien würde ich auch mal sagen, wahrscheinlich eher so 400, 500 Minuten. Da sitzen wir also schon ein bisschen dran. Also ein opulentes, komplexes Spiel. Ihr seht das auch schon, es hat halt diese ganzen Landkarten. Das heißt, wir erobern irgendwie bestimmte Regionen und so. Wenn man so Spiele mit historischem Setting mag, wenn man das Computerspiel mag, sicherlich eine tolle Geschichte. Mich macht daran echt wenig an. Aber jemand aus meiner Spielerunde, Vinzenz, hat es. Möchte es, glaube ich, auch sehr gerne spielen. Ich weiß nicht, ob er schon gespielt hat. Vielleicht solo mal. Aber das heißt, die Chance, es zu spielen, ist auf jeden Fall da. Sehr wahrscheinlich jetzt nicht im Winter, vielleicht im nächsten Frühjahr. Mal gucken, ob ich dazu komme oder ob es nicht dann auch irgendwie untergeht, weil es viele, viele andere Spiele gibt. Wie immer, bei allen Spielen, über die ich hier rede, gilt natürlich, gerade bei Spielen, die ein bisschen mehr in der Nische geblieben sind, gilt natürlich, wenn ihr sie gespielt habt. Schreibt gerne was unter das Video, wie ihr es fandet, ob es eine Enttäuschung war, ob es toll war, in welchen Konstellationen ihr es gespielt habt. Das interessiert sicher viele andere auch. Daher schaut auch gerne immer mal in die Kommentare unter das Video. Dann das nächste Spiel ist 1998 ISS. Lupin Games hat ja immer so kleine, oder sagen wir mal, eine kleine Schachtel und große Spiele da drin. Beziehungsweise es sind immer Spiele, die ein Thema haben, ein Setting und das eigentlich immer auch ganz gut umsetzen. Hier haben wir auch die ISS, an der wir bauen, die immer größer wird, wo wir auch immer Astronauten hochschicken, Astronauten wieder wegnehmen, auch irgendwie die Waren oder die Fracht ganz gut transportieren müssen. Und das war gut, das war thematisch, stimmungsvoll. Wenn man Science-Fiction-Fan ist, dann ist das auf jeden Fall ein Spiel, das, oder nicht mal Science-Fiction-Fan, wenn man so NASA-Raumfahrt-Fan ist, dann ist das ein Spiel, das das Thema gut umsetzt. Wenn man mit dem Thema nicht viel am Hut hat, dann gibt es nicht so wirklich viele Gründe, sich dieses Spiel zuzulegen. Denn Lupin Games sind in Deutschland einfach nicht groß vertreten, die haben keinen Vertrieb, deswegen holt man sich die Waren auf das Spiel und sonst kommt man einfach, soweit ich weiß, gar nicht ran. Daher hört man im Nachhinein auch immer wenig davon. Und ja, die schaffen es aber immer, jedes Jahr wieder sich in diesen Vorfreudelisten relativ weit oben zu platzieren. Dann Platz 23, Deal with the Devil. Ein Spiel, bei dem ich gar nicht weiß, wie das so abgegangen ist, außerhalb unserer sehr, sehr kleinen privaten Bubble, weil wir fanden es wirklich richtig gut. Also alle Runden, die ich jetzt gespielt habe, mit Marcel, mit Flo, mit Steff, mit Karl, das war immer so Bombe. Und wir hatten den Vorteil, dass Marcel dieses Spiel gelernt hat, also er es einfach super gut erklären konnte. Obwohl wir bei der ersten Partie gesagt haben, es ist eine Lernpartie, hat die auch schon gleich gut funktioniert. Wir haben es noch ein paar Mal gespielt, haben euch da auch ein Video zu gemacht, wo wir dann zu viert, glaube ich sogar, drüber geredet haben. Und das Spannende ist eben, dass es ja ein Social Deduction oder eher ein Deduction Eurogame ist, mit so einem zweigeteilten Sichtschirm auf so zwei Ebenen. Und einer ist halt irgendwie der Teufel, der andere ist der Gehilfe vom Teufel. Die anderen sind irgendwie so normale Menschen, die mal belegen müssen, ob sie ihre Seele dem Teufel verkaufen wollen und man muss immer gute Angebote machen. Und das Spiel ist schon wirklich extrem gut. Ich persönlich finde es auch deutlich besser als La Familia. Man braucht halt nur genau vier Leute dafür und es hat eine Regelhürde. Wenn man da keinen Marcel hat, der einem das erklärt und gut vorbereitet, hat man da auf jeden Fall vielleicht einen Nachteil, was eben auch zu dieser 7-1er-Bewertung führen könnte. Wir waren uns auch sehr schnell sehr einig, dass das Ding funktioniert, dass es sehr gut funktioniert, dass es ein super spannendes, innovatives Konzept ist. Und deswegen ist es fast ein bisschen schade, dass es untergegangen ist. Aber es war auch zu erwarten. Es ist halt vor allem natürlich deswegen in diese Liste gelandet, weil das von Czech Games ist. Und Czech Games Spiele halt auch immer eine gewisse Aufmerksamkeit erzeugen. Zumindest in vielen Fällen. Dann haben wir Whitefall. Da ist jetzt gerade der Kickstarter ausgeliefert worden. Ich habe auch die deutsche Version schon hier. Ich habe sie immer noch nur gelernt und nicht gespielt. Ich hoffe, dass ich in dieser Woche dazu komme. Ich glaube, es ist mittlerweile schon ein bisschen anders als damals noch der Kickstarter. Es wurde noch relativ viel im Spiel gefixt. Es ist ein Spiel, wo man auch, wenn man es kann, merkt man, das ist gar nicht so mega komplex. Auch wenn die Regeln super komplex wirken. Und wenn man es dann spielt, dann sitzt man auch einfach da und denkt sich so, okay, von der Karte kann ich mir die zwei Aktionen nutzen, von den drei, die da drauf sind. Und wenn ich die nutzen will, kann ich das machen. Und dann will ich auch natürlich das andere nutzen. Da brauche ich aber auch die Ressourcen für. Die habe ich gerade nicht. Also sollte ich erst die Karte spielen. Aber um die Karte zu spielen, wäre gut für das untere, wenn ich da den Bonus von der Technologie bekomme. Aber dafür müssen wir erst mal die Technologie holen. Also muss ich vielleicht erst die Technologie Karte spielen. Mit der kann ich dann aber auch gleichzeitig irgendwie andere Raumsektoren angreifen. Aber dafür brauche ich irgendwie erst wieder mehr Raumschiffe. Und die Raumschiffe kriege ich hier. Aber dafür fehlen mir die Ressourcen. Also muss ich erst mal die Ressourcen holen. Dafür muss ich vielleicht irgendwie neue Kolonien bauen. Und man ist nur am hin und her rotieren. Man kann es vielleicht aus dem Bauch aus spielen. Ich habe mir eine Dreiviertelstunde über meinen Zug nachgedacht. Das war schon krass. Ich bin gespannt, wie es sich in der Praxis spielt. Wenn man es halt nicht nur alleine spielt, sondern mit dem richtigen Menschen. Und man dann vielleicht mehr aus dem Bauch aus spielt. Aber es wird, glaube ich, einfach hart bestraft beim Spiel. Ich bin da gespannt drauf. Aber ich hatte auch so ein bisschen den Eindruck, dass dieses Thema bei dem Spiel sehr schnell verschwunden ist. Es kommt durch diese Voids auch immer wieder so ein bisschen durch. Aber alles in allem, auch das Ganze, also es sieht gut aus. Aber das Artwork unterstützt jetzt die Immersion, finde ich nicht so krass. Aber ein Spiel, auf das sich, glaube ich, viele Leute freuen. Wo sich jetzt auch viele Leute auf die deutsche Version freuen, dass es jetzt eben auch rauskommt. Damals war es nur eine Demo, wo eben viele Leute fanden es hot. Und deswegen ist es da oben in der Liste gelandet. Und ich glaube, da werden durchaus auch gerade Leute, die wirklich Vielspieler sind, die auch vor komplexen Spielen keine Scheu haben. Die werden da schon ihre große Freude mit haben. Dann Unconscious Mind. Nein, das würde jetzt wahrscheinlich immer noch relativ weit oben in der Liste sein. Das wird es wahrscheinlich auf der Spiel 23 immer noch als Demo geben. Ich hatte vor ein paar Wochen, das ist auch schon mittlerweile her, Marvel Frosted angefragt, ob die vielleicht selber eine Demo-Version haben, die sie uns kurzzeitig zur Verfügung stellen, damit wir da irgendwie Contents machen können, da schon mal spielen können. Gab es da irgendwie noch nicht. Mittlerweile vielleicht schon, müsste ich dann irgendwie nochmal nachfragen. Das wird aber nach allem, was ich weiß, zumindest auf Deutsch, auch nicht 2023 rauskommen, sondern wahrscheinlich erst nächstes Jahr. Aber das ist eine Information ohne jegliches Gewehr. Aber wir sehen ja auch gerade immer wieder, dass sich Spiele immer noch ein bisschen verzögern, aber es ist nicht mehr ganz so schlimm wie noch vor zwei, drei Jahren. Bin ich aber auch sehr gespannt drauf. Euro mit durchaus vielen interessanten Mechaniken. Ich weiß auch da nicht, wo die 7,9 herkommt, weil so viele Leute können es noch gar nicht gespielt haben. Aber heute gibt es ja mit Tabletop-Simulator und so ganz viele Möglichkeiten, solche Spiele nochmal auszuprobieren. Mit einer 3,84 ist es auch nicht so mega komplex, aber schon an der Grenze zum Experten-Spiel. Also ein Spiel, auf das man sich weiterhin freuen kann. Dann Turing Machine. Ich bin ja mal kein Fan davon. Wenn Leute fragen, ist das noch ein Spiel? Nee, Excel ist mir eine Beschäftigung oder so. Das hier ist für mich einfach kein Spiel. Das ist ein Logik-Solopuzzle, an den Leute, die an mathematischen Logik-Solopuzzlen Spaß haben, eben durchaus auch ihre Freude haben können. Aber ich sehe da überhaupt gar keinen spielerischen Aspekt bei, weil ich habe einfach wirklich diese Lösung. Ich will da schon natürlich irgendwie schneller sein als mein Mitspieler, aber gefühlt, also zumindest auf den Level, auf den ich es bisher gespielt habe, war es so, man wusste eigentlich immer, nach allerspätestens 5 Abfragen hatte man es raus. Hat man 6 gebraucht, wusste man, okay, man hat wahrscheinlich gegen einen verloren. Hat man irgendwie besonders gut überlegt und es mit 4 geschafft, dann war das auch schon sehr, sehr gut. Und das Spannende daran ist natürlich, dass es so ein analoger Computer ist, dass man diese Lochkarten zusammensteckt, da man diese Ja-Nein-Abfragen hat. Aber ich kenne auch Leute, die da wirklich extrem drauf abgehen, im erweiterten Bekanntenkreis, sage ich mal, in meiner direkten Mitspielerschaft. Da gibt es eigentlich niemanden, der das irgendwie abfeiert. Also ich habe auch von Leuten aus Spieleburg gehört, die da, glaube ich, 400 Partien von gespielt haben. Also man kann da sehr, sehr, sehr viel Spaß von haben, aber einfach nur da sitzen und stumpf solche Mathe-Logik-Rätsel lösen, ja, nee, also dann lieber ein paar andere Geschichten, sowas wie irgendwie The Search for the Lost Species oder so, wo durchaus noch ein bisschen Spiel mit drin steckt und man eben auch nicht nur dieses rein hart Mathematische machen muss. Das spricht mich dann auf jeden Fall schon deutlich eher an. Also das ist mittlerweile rausgekommen, beliebt bei einigen Leuten, hat auch immer eine 7,9, hat 3.500 Ratings, viele Leute sind, glaube ich, vom System an sich fasziniert. Dann haben wir Tribes of the Wind, auch das ist mittlerweile bei Hoech rausgekommen. Auch ein Spiel, das ganz unterschiedlich verlaufen kann, wo wir uns halt auch so, also das Spannende ist halt, dass wir immer mit den Kartenrückseiten der Mitspieler spielen, weil wir damit immer interagieren können, dann gucken können, okay, was haben die ja so für Karten und was fangen wir damit an? Und wir haben das auch am Anfang sehr gemütlich vor uns hingespielt und da hat sich das irgendwie Marcel ausgeliehen, wollte das auch mit seinen Freunden spielen und dann meinte ich, der eine war auf einmal fast fertig und ich war gerade dabei, mich groß aufzubauen. Das war schon so ein richtiges Wettlaufspiel. Komplexitätsrating von 2,65 ist also ein solides Kennerspiel, das durchaus sehr schönes Artwork hat, wieder von Vincent Dutré und das ist auch so ein Spiel, ein Kennerspiel, das ist da, das ist, glaube ich, so ein Spiel der Saison, das wird in diesem Jahr noch ein paar Mal auf dem Tisch landen, auch weil sich jetzt die Leute gefreut haben, dass es auf Deutsch rausgekommen ist, aber davon werden wir wahrscheinlich, also ich glaube nicht, dass das so ein Dauerbrenner werden wird, aber lassen wir uns mal überraschen. Dann Autobahn, das ist auch noch die englische Version, gibt es mittlerweile auch auf Deutsch, bei Stroman Games ist es erschienen, ich habe es gespielt und eigentlich das, was ich so, also was ich empfunden habe, weil das, was ich primär zum Spiel gehört habe, dass es sehr lang ist für das, was es ist, das macht schon Spaß, wenn man Freude hat an Spielen auf diesem Komplexitätsrating und irgendwie dieses Autobahn-Thema an sich mag, dann kann man da schon seine Freude mithaben, aber es ist jetzt kein Spiel, wo ich sagen würde, wow, auf jeden Fall angucken, das hat die und die tolle Mechanik und deswegen ist das so toll. Hier ist es, glaube ich, auch primär das Autobahn-Ding und wenn ihr halt irgendwie so ein bisschen Pick-up-und-Deliver-Spiele mögt, dann könnte das was für euch sein, aber auch das hat es mittlerweile geschafft, ist auf Deutsch rausgekommen, hat eben auch nur eine 7,2, alles mit einer 7 ist immer noch gut, aber bei den 7er-Ratings ist es oftmals so, die mit den 7er, 8er, 9er Stellen hinterm Komma, das sind die, die man sich angucken sollte, bei denen mit irgendwie nur einer 0, 1, 2, 3 oder 4, immer eher nochmal ein Try-before-buy. Okay, dann haben wir Flamecraft, das ist genau an der Grenze, 7,5, ich fand es ja auch eher enttäuschend, super schönes Artwork, so Geschichten wie irgendwie Freddy Mercury und so, also so kleine Wortspiele drin, die sind natürlich ganz süß, aber ich habe das Spiel eben auch schon in Runden gespielt mit Leuten, die relativ wenig Spielerfahrung hatten und das war so meine, was meine Eindrücke von dem Spiel waren, dass es halt auch gerade hinten raus super krass opulent und viel wird und dieser Spielplan noch viel zu lang ist, wenn man irgendwie mal in den Innsitzen gar nicht weiß, was da hinten passiert, ist es auch ein bisschen doof, also viele Leute mögen es einfach aufgrund des Artworks und es hat auch eigentlich super einfach Regeln, nämlich nur zwei Stück, aber das Spiel, was dahinter steckt, hat mir persönlich dann nicht gereicht, ich hatte nach einmal das Gefühl, alles gesehen zu haben, ich habe es dann nochmal gespielt und nach der zweiten Partie hatte ich genau den gleichen Eindruck, sodass ich dann auch einfach da weitere Partien verweigert habe, aber ich weiß, es gibt durchaus viele Leute, die da Fan von sind, die verzeihen dem vielleicht seine Schwächen auch eher aufgrund des Artworks, ist bei Asmodi erschienen, könnt ihr mittlerweile ganz regulär kaufen und ein Spiel, das durchaus immer noch beliebt ist, dass sich Leute aufgrund des Drachenthemas kaufen, bei mir war das jetzt nicht so super krass beliebt, dann Among Caltes, das Social Reduction Thriller, als ich das letzte Mal in die aktuelle Liste der Spiel 23 geguckt habe, war das Spiel ganz oben, zumindest in diesem Downrating und ja, bin ich mal gespannt, das soll jetzt diese Woche verschickt werden, das heißt, ich werde euch das auch zeigen, ich habe davon schon eine Probepartie gespielt, damals war es eben nur eine Demo, dass Leute es eben auf der Spiel spielen konnten, es hatte wahrscheinlich auch, ich weiß nicht wie kurz davor, seine Kickstarter Kampagne, das hilft natürlich auch immer ein bisschen, wenn man da die Bäcker mobilisieren kann, dass die so ein Spiel nach oben voten, damit es noch ein bisschen mehr Aufmerksamkeit bekommt und hat mir gut gefallen, auf jeden Fall, meiner persönlichen Meinung nach, bisher das beste Spiel von Godot Games, basiert auf Among Caltes, was ja gerade so zur Corona-Pandemie ein ganz großer Hit war und ja, da freue ich mich auch schon drauf, das dann vielleicht im November beim Brettspieler-Roc-Spiele-Wochenende in größerer Runde spielen zu können. Dann haben wir Endless Winter, Parallel Americans, das ist ja auch kurz vorher auf Deutsch erschienen, ein Spiel, das auch nicht wirklich viele Wellen geschlagen hat, das hat hier immerhin eine 7,8, aber es war für mich auch eher so eine abstrakte Sammlung aus nicht ganz zusammenhängenden Minispielen, klar gibt es da schon eine gewisse Verzahnung zwischen diesen ganzen Elementen und wenn man dann sowas irgendwie Freude hat, kann man da viel Spaß mit haben, es sollte ja so nach Anak und Dune der nächste Soft-Deck-Bilder werden, wo wir so ein bisschen Kombinationen aus Worker-Placement und Deckbau haben. Ich fand es am Anfang halt richtig mies, habe dann trotzdem aber insgesamt die 9 oder 10 Partien insgesamt gespielt und irgendwann, ja, also Solo fand ich es glaube ich mit Abstand am besten, aber ja, also kein Spiel, was ich jetzt irgendwie noch groß wieder rausholen würde, da liegt bei mir auf jeden Fall dann sowas wie Anak oder irgendwie anders, das ist ja auch mal ganz schön, man kann ja auch immer so ein bisschen Runterscrollen und dann sieht man halt, was Fans des Spiels noch so machen, das ist auch mal eine ganz gute Einordnung, ne, irgendwie so Paladiner, Archenova, das sind auf jeden Fall auch beide Spiele, die ich da vorziehen würde, Terraforming Mars, Hadrian's War, Twilight Inscription, also, ne, auch hier sind Spiele bei, wo ich sage, wir sind nicht ganz so gut, aber auch so ein Revive zum Beispiel, also da so in, Everday, so in dem Komplexitätsrating bewegt sich das Ganze und da gibt es einfach jede Menge Spiele, wo ich sagen würde, guckt euch die mal eher an, bevor ihr euch an Endes Winter holen werdet, könnt ihr auch gerne mal schreiben, wie es bei euch so angekommen ist, ob ihr sagt, hey, spiele ich heute noch rauf und runter oder ob ihr es auch damals hattet, vier, fünf Partien gespielt habt und dann ist es auch so ein bisschen verschwunden, weil dann andere Spiele doch interessanter waren, würde mich auf jeden Fall mal interessieren. Dann Sabica, von dem habe ich auch gar nichts mehr gehört, das ist ja von German, Germain, P. Milan, Franzose, Spanier, ich weiß nicht, wie man es aufspricht, Spanier und der hat ja zum Beispiel Bitoku gemacht, was ja ein großer Hit war, dementsprechend war ich eigentlich auch sehr neugierig auf Sabica, aber auch nicht so wirklich, weil ich auch den Spielplan, das sah irgendwie alles nicht so interessant aus, auch wenn er nach dem Spiel das eigentlich nur für Spieler interessant ist, wo das Thema sehr schnell untergeht, ich weiß auch gar nicht, ob es mittlerweile einen offiziellen deutschen Vertrieb hat, wenn man mal reinguckt, Stroman Games, ich glaube, da ist es noch nicht erschienen, Till hat das auch, wir haben es letztes Jahr nicht gespielt, dieses Jahr, als ich da war, weil es auch nicht auf dem Tisch gehabt, ich weiß nicht, wie gut er es fand, Komplexität 3,93, also auch so eine Grenze zum Kennerspielen, aber ein Spiel mit einer 8 und irgendwie 1,2 Ratings, das jetzt auch nicht untergegangen ist, würde ich mal sagen. Dann haben wir Etiwa, ein Rosenberg, ein Rosenberg-Komplexitätslevel, so wie Nussfjord zum Beispiel, das hat durchaus seine Fans, weil es eben auch ja dieses thematische Afrika-Ghana-Thema in ein Eurogame holt, wobei es auch andere durchaus thematische Eurogames gibt und spielerisch fand ich persönlich das einfach, das war so okay, hat mich auf ganz, ganz wenigen Ebenen, eigentlich auf fast gar keiner Ebene angemacht, wir hatten immer ein bisschen das Gefühl, dass die Goldstrategie sehr dominant ist, das Spiel hat auf jeden Fall Fans, Flo hat es glaube ich in seiner Top 10, ich glaube im Announced-Forum ist es auch sehr beliebt, da hatten es auch sehr viele beim Kennerspiel des Jahres auf dem Radar, wo ich mir dachte, okay, da hat das Spiel für mich gar nichts zu suchen, weil das auch nicht so der Level ist, der so normale Kennerspieler, die Zielgruppe des Publikums sind, anmacht und ja, auch das ist ein Spiel, das ist jetzt nicht komplett verschwunden, das gibt es immer noch, das lief glaube ich auf dem Spiel sehr gut und aber auch da, also ich habe mich persönlich dann deutlich mehr auf die Nussfjord Big Box gefreut, wo ich gar nicht weiß, ob die mittlerweile erschienen ist, aber auch das ist jetzt wieder ein Spiel, das halt auch nicht komplett untergegangen ist, das so da ist und wir haben ja das Problem, es kommen jedes Jahr irgendwie anderthalb bis zweitausend oder sogar noch mehr neue Spiele raus und früher waren davon vielleicht 3% gut, dann irgendwann 10%, heute sind es, also selbst 10% werden 200 neue Spiele, die gehen irgendwie alle so ein bisschen unter, es sind wirklich nur so ganz wenige Top-Hype-Titel, die dann auch wirklich bleiben, so aus wie Archenova oder so und so ein Etiwar hat es dann auf jeden Fall schon schwer, ich bin mal gespannt, wie das dieses Jahr bei Plantanubo wird, dann hatten wir Heat, Paddle to the Maddle, das hatte das Pech oder das Glück, dass Asmodi hat gesagt hat, Rennspiele laufen in Deutschland nicht, deswegen bringen wir das nicht und die Nachfrage war dann so groß, dass sie irgendwann gesagt haben, wir bringen es doch, was natürlich ungefähr ein halbes Jahr dafür gesorgt hat, gibt es, gibt es nicht, wann kommt es, ich will es haben, ich habe die französische Version, nee, ich will es wieder auf Deutsch haben, dann war es im Laden, dann war es aber Thalia exklusiv, deswegen ist es nicht beim Spiel des Jahres berücksichtigt werden konnte, dann hatte Thalia auch eine Erstauflage, die gefühlt nach einer Stunde weg war und dann ist es irgendwie jetzt gerade seit ein paar Wochen wieder in den Läden, mittlerweile gibt es auch die englische Version im Fachhandelsministerium Göttingen, das Spiel ist ja weitest, also eigentlich fast komplett sprachneutral, da kann man sich einfach die englische Version holen, lädt sich die deutsche Anleitung runter und zack, könnt ihr es ohne Probleme spielen, für mich persönlich großartig, ihr seht, ich habe dem hier einen neuen gegeben, habe sieben Partien gelockt, ich weiß nicht, ob ich nicht sogar noch mehr gespielt habe, für mich überhaupt eines der besten Rennspiele, das es gibt, dieses Heat Management, ist einfach großartig, also das ist für mich ein ganz, ganz großer Gewinner, den wir vielleicht nächstes Jahr nochmal beim Kennerspiel sehen können, wobei ich glaube, dass da das Timing, das Asmodee sich da irgendwie überlegt hat, ganz, ganz, ganz schlecht ist, weil es wäre, glaube ich, dieses Jahr ein guter Kandidat gewesen, der vielleicht auch wirklich in Konkurrenz zu Planet Unknown und zu Challengers getreten wäre, das wären für mich so die drei Titel gewesen, die auf die Liste gehört hätten, aber das hat es dann eben nicht rechtzeitig geschafft, kann nicht die Kriterien erfüllen, ist für mich aber das beste Rennspiel, das ich bisher so gespielt habe, dann haben wir Septima, das war glaube ich damals auch nur als Demo da, ist von Mindclash Games, die machen ja auch immer eher so anspruchsvollere Spiele, so Anacrony zum Beispiel ist auch von denen, mich haben die Designs von denen oftmals auch einfach nicht abgeholt, wenn man da hier sich mal die Schachtrückseite anguckt, ja, das wird wahrscheinlich auch irgendwie nett verzahnt sein, nett gut, also gut sein, aber ja, ist noch nicht raus, soweit ich weiß, dementsprechend noch relativ wenig Ratings, mal gucken, ob das so Retake kommt, hier sehen wir auch Mindclash Games und Skellig Games, okay, da wird es dann rauskommen, ich habe noch kein Skellig-Neuheiten-Video gemacht, aber da werden wir mal schauen, ob es da in der Release-Liste für Essen drin steht, oder nicht, aber der Verlag hat auf jeden Fall durchaus seine Fans, von daher, wenn ich dazu komme, es mir anzugucken, dann, ja, werde ich es hier sehen, weil es dann live auf dem Tisch landen wird, und wenn ich richtig gezählt habe, müssen wir damit schon in der Top 10 sein, Flow War von Primigenio, auch wieder ein spanischer Verlag, die sind, wie gesagt, immer gut vernetzt, können ihre Community gut mobilisieren, es gibt auch keinen anderen Publisher da, es hat 106 Ratings, das konnte man irgendwie scheinbar auf das Spiel kaufen, und danach hat es keinen mehr interessiert, das ist also ein Spiel, wo ich sagen würde, das ist völlig untergegangen, ein Spiel, wo ich immer noch nicht weiß, warum das überhaupt so weit oben in der Liste ist, weil ich habe da nichts groß gesehen, was jetzt irgendwie wirklich mega spannend gewesen wäre, würde mich wundern, wenn wir das noch auf Deutsch sehen, aber es gibt ja so viele Verlage, die wollen natürlich alle schon gerne Spiele machen, aber auch die gucken natürlich, wie groß ist der Hype-Level, und der ist bei Flow War auf jeden Fall nicht so hoch, dann auf Platz 9, Terrakotta Army, habe ich auch schon unterschiedliche Dinge zugehört, aber die Person meines Vertrauens bei solchen Spielen, Flo, selbst der hat das ein paar Mal gespielt, und meinte so, nee, Ben, brauchst du eigentlich nicht angucken, ich finde es auch nicht so geil, irgendwie, es gibt zwei, also ich hoffe, dass ich das richtig zusammenbekomme, zwei Entwertungen, von denen eine so total random ist, und man sich irgendwie nur darauf einstellen kann, und man macht da schon Dinge, wo man sich natürlich, wie üblich in solchen Spielen, schon reindenken kann, da auch ein paar Sachen sich überlegen kann, und dann irgendwie gibt es da bestimmt tolle Kombinationen, aber mich hat von Anfang an in diesem Spiel überhaupt nichts angemacht, Bought and Dice ist natürlich ein Verlag, und Adam Kropinski ein Autor, wo man immer neugierig ist, weil die halt auch mit den ganzen T-Spielen und so, viele spannende Geschichten jetzt halt rausgebracht haben, aber, ja, hat mich einfach nichts angemacht, das Spielbrett nicht, diese komischen Terrakotta-Figuren nicht, dass wir da irgendwie diese Figuren zusammenkleistern können, hat eine 7,6, das ist durchaus schon ein gutes Rating, kann man auch immer noch kaufen, ist auf Deutsch bei irgendeinem Verlag von einer Spieloffensive rauszukommen, ich weiß nicht bei welchem, äh, aber, ja, es wird auch hier unter dem Video Leute geben, die schreiben, hey, fand ich total gut, aber vielleicht schreiben ja Leute so, die es nicht so toll fanden, ähm, ich glaube, dass wir, also ich weiß nicht, ob es die Mehrheit ist oder nicht, aber es ist so ein Lüro, das mich so null angemacht hat, wenn es Flo nicht abholt, dann lasse ich da in den meisten Fällen eh die Finger von, Starship Captains, genau so eine Geschichte, ich weiß gar nicht, warum ich das nur auf 5 bewertet habe, das war nämlich auch echt nicht gut, und, auch da, wie üblich, wie bei jedem Spiel, immer Leute, die das irgendwie toll finden, die das nett finden, so als Kennerspiel irgendwie schickt, aber in meinem kompletten Freundesbekannten Spielekreis, hier gab es jetzt die Leute hier, Flo, Karl, Marcel waren, und, äh, aber auch irgendwie Steff, oder, also ganz, ganz viele Personen, äh, mit denen ich geredet habe, mit denen ich das auch teilweise gespielt habe, fanden es einfach echt uninteressant, keine wirklich spannenden Mechaniken, man macht nicht wirklich viele interessante Geschichten, vieles ist auch immer gescriptet, auch bei den ganzen Bildern, die da so drin sind, basiert ja quasi auf dem Star Trek Thema, man fliegt auch hier mit so einem Raumschiff rum, hat so ein Crew-Bilder da drin, und, ähm, ich habe da mega wenig Anspielungen gefunden, die ich jetzt irgendwie verstanden und abgefeiert hätte, und ich bin wirklich eigentlich ein großer Star Trek Fan, aber ich habe auch schon vor dem Spieljahr gesagt, hey Leute, das ist jetzt schon ewig weit oben in der Hotness-Liste, es gibt fast keine Videos dazu, keine großen Informationen, dass ein Video mit dem Autos eine Stunde geht, da wird sehr wenig über das Spiel geredet, ja, vorsichtig, und dementsprechend war es dann auch eher eine Enttäuschung, wenn ich ein cooles Spiel von Czech Games mit Weltraum-Thema spielen will, dann eher ein Space Alert oder ein Galaxy Trucker, Starship Captains würde ich persönlich auf jeden Fall die Finger verlassen, habe ich glaube ich auch ein Video dazu gemacht, guck da mal rein, keine Empfehlung von mir, aber ist da, kann man immer noch kaufen, ich weiß wohl nicht, wie viele Auflagen es davon ehrlicherweise geben wird, aber wird bestimmt auch nächstes Jahr die Erweiterung zu geben, Teletum, ein T-Spiel von Simone Luciani und Daniela Tascini, das einfach rund ist, das ist aber auch ein Spiel, wo es wieder mit den Punkten explodiert, und das finde ich persönlich ja nicht ganz so geil, weil es ist immer schöner, wenn ich nicht irgendwie 300 Punkte in einem Spiel machen kann, sondern vielleicht so 30, oder 40, oder 50, aber halt nicht irgendwie 3, 4, 500 Punkte, weil dann ist das Spiel auch oftmals ein bisschen ausbalanciert, ein bisschen enger, da sind die Philosophien natürlich unterschiedlich, aber gefühlt sind auch Punkte immer nicht so viel wert, man sieht dann relativ schnell die wirklich starken Punktekombinationen, versucht die sich zu holen, und ich mag dann ein bisschen eher fein austagriertere Spiele, aber es ist halt Bonuszug quasi das Spiel, also ich laufe in dem Spiel rum, und baue irgendwie mit Architekten an Kathedralen rum, und habe irgendwie Händler, und musste irgendwelchen Aufstellungen, aber ich kann mir jetzt immer wieder Bonusteile holen, von denen ich maximal 4 haben kann, und mit denen kann ich dann teilweise super krasse Züge machen, dass ich einmal über die ganze Karte fahren kann, oder irgendwie ganz viel bauen kann, oder meine Gebäude, die ich da schon gebaut habe, mit den ganzen Bewohnern füllen kann, und da ganz viele krasse Sonderzüge machen kann, also das ist einfach, es hat eine 8,0, bei fast 4000 Bewertungen, das Ding ist einfach rund, das macht Spaß, das kann man, wenn man es drauf hat, wenn man es vielleicht eine Solo-Partie lang kennengelernt, und gespielt hat, man kann das super easy Leuten erklären, wir haben das während der Nachspiel gespielt, ich habe mir nachts die Regeln durchgelesen, normalerweise ist es unser Nachspiel live, wir werden keins durch komplexe, anspruchsvolle Spiele, die über Kennerlevel liegen, lerne, aber da habe ich gesagt, ich hätte mir das durchgelesen, also wir werden das jetzt alles nochmal durchgehen müssen, aber das sind alles einfache, logische Aktionen, die dann in sich für eine gewisse Komplexität sorgen, aber das kriegen wir hin, und wir haben es hingekriegt, wir werden wahrscheinlich irgendwie ein, zwei Fehler eingebaut haben, in Erstpartien ist das normal, aber ich glaube, wir haben da schon gut rund runter gespielt, auf jeden Fall, und das Ding würde von mir auf jeden Fall eher eine Empfehlung bekommen, das ist ein gutes Spiel, und dann haben wir, ja, Revive hier, relativ weit unten tatsächlich, war in meinem Community-Voting auf Platz 6, glaube ich, beim besten Spiel des Jahres, obwohl es noch nicht auf Deutsch erschienen war, das heißt, ich bin mal gespannt, das ist ja jetzt zu Berlin gekommen, konnte man das schon auf Deutsch kaufen, ich weiß nicht, ob es schon ein, ich glaube, es war auch schon in der Spiegelburg, also es wird auf jeden Fall, wenn das Spiel jetzt nicht zu Spiel da sein, aber ich glaube, man kann es auch schon ganz regulär kaufen, da gibt es ja jetzt auch die Erweiterung zu, ich bin mal gespannt, ich habe noch keine Liste von Pegasus, stand jetzt heute Nacht, wo ich das Video drehe, aber ich würde davon ausgehen, dass die Erweiterung auch sehr zeitnah bei Pegasus kommt, und das ist wirklich ein Highlight-Spiel, ich kann mir vorstellen, wenn nicht noch was total krasses kommt, dass das auch in diesem Jahr, wenn ich Anfang Januar wieder mein Community-Voting für das Jahr 2023 mache, dass das weiterhin ziemlich weit oben in der Liste landen wird, also ein gutes Spiel, ein rundes Spiel, schön verzahnt, nettes Thema, hat mich ein bisschen an Zeiss erinnert, aber es ist dann doch schon noch anders, das ist auf jeden Fall ein Ding, das da ganz weit oben in der Liste stand, es müsste hier Platz 5 sein, und das vollkommen zu Recht, es würde wahrscheinlich auch noch weiter oben stehen, wenn Leute schon vorher mehr gespielt hätten, und dann haben wir Great Western Trail Argentinien, Great Western Trail einfach ein super beliebtes Spiel, ich habe dem Ding hier auch eine 9 gegeben, obwohl das leider mit den Hafen und den Farben auf den Karten und die Symbole da, das ist für Farbenblinde ein echtes Problem, und selbst Farbsehende hatten da ihre Probleme mit, deswegen fand ich es ganz nett, als ich Pirates of Maracaibo mit Alexander Fister gespielt habe, dass er da erzählt hat, dass sie es auf ein paar Elemente geachtet haben, unter anderem wegen mir, weil sie wissen, ah, Ben farbenblind und doof, und man kann es doch irgendwie relativ einfach handhaben, das Spiel an sich super gut, obwohl es auch wieder negative Interaktionen hat, weil man anderen teilweise irgendwelche Strafkarten in ihr Deck geben kann, aber ich habe auch Partien gespielt schon, wo ich dann wirklich selber auf diese ganzen Strafkarten gegangen bin, und die am Ende aber auch alle wieder so am Deck rausbekommen habe, und es ist wirklich gut, toll rund, war für mich auch besser, als das normale Great Western Trail, aber jetzt haben wir ja Neuseeland, und das ist einfach für mich persönlich das beste Great Western Trail von allen drei, ich würde eigentlich immer das spielen, ist auch das komplexeste, aber von der Komplexitätsstufe jetzt nicht so deutlich krass über dem hier, aber Great Western Trail weiß man schon, wenn das auf Platz 5 ist, dann vollkommen zu Recht, weil es ja einfach ein Klassiker ist, den es ja mittlerweile schon seit sieben Jahren gibt, dann haben wir The Red Cathedral, Contractors, die Erweiterung, ich weiß nicht, ob die Mitarbeiter sogar auf Deutsch erschienen ist, falls ja, ist die ziemlich untergegangen, hier steht Yellow Portal Gaga Games, also die scheint Cosmos noch nicht rausgebracht zu haben, sie war glaube ich auch nicht im Lineup drin, ich weiß nicht, wie sprachneutral die ist, also wenn man hier einmal reinguckt, dann sehe ich hier relativ wenig mit Sprache, das heißt, wenn man da gespannt drauf ist, kann man sich auch einfach dann wahrscheinlich die internationale Version holen und die kombinieren, aber das sage ich ohne Gewehr, aber Rote Kathedrale ist bei mir eh nicht so gut angekommen, wie bei allen anderen Leuten, aber in der Community, in der Spielerschaft, ein mega beliebtes Spiel, was jetzt auch der Grund dafür ist, das glaube ich, das weiße Schloss, das ja auch von dem Video Games kommt und das ja quasi ein bisschen ein Nachfolger davon sein soll, aber wahrscheinlich eher so spielphilosophisch gesehen, so weit oben ist im Ranking, auch das holt mich noch überhaupt nicht ab, da lasse ich mich aber sehr gerne positiv überraschen von, hatte ich heute Abend auch was, beim Spiel, das jetzt erscheinen wird, wo ich auch dachte, warum schwärmen da gerade alle so von, habe es dann gespielt, konnte es nachvollziehen, aber da reden wir im anderen Video drüber, und ja, das eine Erweiterung, die es auf Platz 4 geschafft hat, spricht auf jeden Fall immer dafür, dass die Leute das Grundspiel sehr, sehr, sehr gerne mögen, und da zeigt sich auch wieder, ich versuche natürlich immer, Spiele kritisch und fundiert einzuordnen und zu bewerten, aber ich bin natürlich trotzdem nicht der Maßstab für irgendwas, außer mich selbst, dann Woodcraft auf Platz 3, das war auch, es gibt ein paar andere Listen auf Boardgame, wo es nicht nach Daumen geht, sondern nach Einordnung, Must-Have und so, da war es ganz weit oben, es ist irgendwie, es war früher lange Zeit auch so, wenn ein Stefan Feldspiel rausgekommen ist, dass das gleich ganz weit oben in der Liste war, und Vladimir Tsuchy hat es irgendwie geschafft, sich auch so einen Status zu erarbeiten, obwohl ich auch da finde, also Underwater Cities ist für mich persönlich, bisher von allen Spielen, die ich gespielt habe, sein bestes Spiel, alle anderen Geschichten, so Messina oder so, die waren auch schon immer gut, da konnte man noch 10, 15 Partien von spielen, aber dass sie mich jetzt so wirklich gecatcht hatten, hatte ich nicht wirklich, Woodcraft, habe ich hier nur eine 6 gegeben, weil es da so ein paar Elemente im Spiel gibt, die ich nicht verstehe, warum man sich da irgendwie ganz viele Elfenhelfer holen kann, und wenn man darauf spielt, ist es halbes Spiel, wobei man hat dadurch nicht wirklich was gewonnen, dieses Dach, wo man diese Plättchen da reinlegen kann, auch da, das nimmt man eher so mit, aber man spielt da nicht wirklich drauf, also vieles, was ich komisch fand, aber dafür, dass es hier mit einer 3,85 gelistet ist, finde ich, ist es super zugänglich, weil die Aktionen relativ einfach zu erklären sind, die Interaktion, dass ich irgendwie Würfel durchschneide, dass ich hier zusammenklebe, das kann man halt alles thematisch gut erklären, und das macht solche Spiele selbst auf so einem Level immer zugänglicher, als wenn ich da irgendwie ein Thema drauf habe, wo ich einfach auch bei manchen Mechaniken selbst nicht verstehe, warum das so ist, hier macht gefühlt fast jede Mechanik Sinn noch, dass ich Würfel einpflanzen kann, und wenn ich die gieße, dann wachsen die und werden immer größer, hören ihre Zahlen, das kann man einfach sehr schnell nachvollziehen, weswegen man in diesem Spiel auch glaube ich relativ schnell drin ist, und deswegen ist das auf Platz 3 auch ein Spiel, das meiner Meinung nach heute auch immer noch gut geeignet ist, das man sich immer noch holen kann, wo es auch schon irgendwie eine Roll and Ride Version von geben soll, wo bestimmt auch nächstes Jahr irgendwie die Erweiterung rauskommen wird, aber auch ein Spiel, das auf jeden Fall funktioniert, das irgendwie nicht verschwunden ist, wie manch andere Spiele aus der Liste, auf Platz 2 der Lacrimosa, das Spiel, wo wir quasi Wolfgang Amadeus Mozart und seine Werke als Thema haben, und auch ein Eurogame, durch und durch, auch ein spanisches Spiel, da kann man jetzt auch okay, vielleicht deswegen weit oben in der Liste, aber die Beer Games hat sich auf jeden Fall in den Jahren zuvor, oder gerade auch im Jahr davor mit Bitoku einen sehr guten Ruf erarbeitet, da waren die Leute natürlich neugierig darauf, das Spiel hier ist von seiner Komplexität her auf jeden Fall eine ganze Stufe unter Bitoku, ich habe davon auch nicht ganz so viele Partien gespielt, weil ich es auch einfach gespielt habe und dachte, okay, das ist ja auch wieder irgendwie so ein verzahntes Spiel, wo ich irgendwie ganz viele Dinge machen will, aber die Mechaniken da drin sind, fand ich alle nicht so wirklich interessant, jetzt ist es netterweise auch bei Cosmos rauszukommen, und das ist glaube ich bei Cosmos schon eines der anspruchsvolleren Spiele, die sie so in ihrem Sortiment haben, auf jeden Fall, das ist fast ein bisschen schade, finde ich ganz persönlich, dass sie jetzt halt nur in Anführungszeichen Lachimoso bekommen haben, und nicht im Jahr zuvor vielleicht Bitoku, wobei Bitoku wahrscheinlich wirklich über dem Zielpublikum von Cosmos ist, mutmaße ich einfach mal, und ja, Platz 2, meiner persönlichen Meinung nach nicht gerechtfertigt, dass es so weit oben ist, aber ich glaube, das hat eben auch ganz, ganz viele Vorschusslorbeeren oder, sag ich mal, bestimmte Erwartungshaltungen erweckt, weswegen es so weit oben ist, weil Bitoku im Vorjahr eben auch gehypt war, das ist auch ganz, ganz weit oben in der Liste, und ich glaube, das ist auch nicht nur, weil das Wort irgendwie auf Französisch oder so irgendwie ein Schimpfwort ist, was sehr unfrähtig sein soll, sondern eben auch, weil es wirklich ein interessantes Spiel war, das sich auch danach als gut quasi durchgesetzt hat, und ja, Lacrimosa funktioniert auch, ist definitiv kein Fehlkauf, wenn man weiß, auch hier scrollen wir wieder runter, dass man so Spiele wie Teletum, Bitoku, Murph ist, glaube ich, ein ganz guter Vergleich, Tekino, Origins, also ich fühle es eher so in die Riege von Origins, Murph, Anno, Bonfire, Oak, und Terracotta vielleicht auch noch, wenn das so, also wahrscheinlich, habe ich ja nicht gespielt, wenn das so die Spiele waren aus der Liste, die euch angesprochen haben, dann könnte das Ding hier, also Lacrimosa, auch gut für euch sein, wenn ihr eher so Geschichten wie Bitoku, Darwin Journey oder auch irgendwie Tekino mochtet, dann, oder auch Cooper Island, dann wird das vielleicht ein bisschen zu wenig für euch sein, könnte ich mir mal vorstellen, und auf Platz 1 hatten wir dann Hamlet, und ihr seht schon, eine 6,9 bei dem Top-Halb-Spiel laut dieser Liste, wie auch immer die zustande kommt, das ist ja auch nur ein Publikumsvoting, das muss man immer mit Vorsicht genießen, aber ich habe das Ding auch gespielt, ich habe vier Partien gespielt, ich habe das noch nicht bewertet, ich würde es wahrscheinlich auch mit so einer 5 bis 6 bewerten, es ist schon irgendwie ganz nett, diese Kalladrade ist in der Retail-Version nicht dabei, die gibt es ja mittlerweile auch bei Asmoday, wir haben so einen Plan, wir bauen uns so ein Dorf aus ganz krumm geformten Teilen, was auch dann wirklich so einem richtigen, gewachsenen Dorf irgendwie aus dem Mittelalter sehr nahe kommt, weil da auch die Sachen immer kreuz und quer gebaut wurden teilweise, und wir haben auch so eine kleine Brass-Mechanik, dass wir quasi Ressourcen produzieren, die stehen aber allen zur Verfügung, muss dann so ein Eselsnetz bauen und seine Leute irgendwie hinpositionieren und wenn halt irgendwie eine bestimmte Anzahl an Aufträgen an der Kirche fertiggestellt sind, sodass wir eben kein Hamlet, also ein Dorf ohne Kirche mehr sind, dann ist das Spiel zu Ende und das war halt super fizzlig, sehr kleinteilig, gefühlt auch gar nicht so krass viel anders von Partie zu Partie, wobei das vielleicht auch täuschen mag, aber das habe ich jetzt auch ein paar Mal auf dem Tisch gehabt, fand das immer ganz okay, aber die 6,9 hier, das ist eigentlich schon vernichtend, ihr habt hier glaube ich wenig Spiele gesehen, die unter einer 7 hatten und das, ja, also es gibt noch einen Nachfolger von, Hamlet by the Lake, der wird da wahrscheinlich irgendwie auch rauskommen, mal gucken, ob ich den überhaupt noch angucken werde, das dann doch eher eine Enttäuschung, aber wenn wir uns hier mal jetzt wirklich die ganze Liste noch im Schnelldurchgang angucken, also irgendwie okay, okay, aber alles irgendwie da, alles auf dem Markt, Rote Kaledrale, nie auf Deutsch rausgekommen, das sind hier, seht ihr alle Spiele, die ihr euch so ganz normal im Laden kaufen könnt, die durchaus ihre Fans haben, wenn ihr euch dann formiert und wisst, was ihr bekommt, werdet ihr mit dem viel Spaß haben, Flow War auf Platz 10, glaube ich, war dann so das erste Spiel, was so rausfällt, weil das irgendwie jetzt keinen größeren Vertrieb gefunden hat, vielleicht auch, weil es nicht so gut war, weiß ich nicht, Septima war damals ja auch nur eine Demo, Heat auf jeden Fall ein super cooler Klassik-Card, das gibt es hier auch alles, Savika kommt jetzt bald auf Deutsch, da ist man also auch hinterher, Among Kites wird jetzt gerade irgendwie ausgeliefert, und das sind also, ne, Töne geschehen für mich auch kein Spiel, aber auch das gibt es, auch das hat seine Fans, das verkauft sich wahrscheinlich ganz gut, also im Prinzip ist hier wenig, was so rausgefallen ist, das sind alle Spiele, wo man sagen kann, okay, Hype ist ja immer eine Sache, Spiele sind auch oftmals oben, wenn sie vielleicht eine bestimmte Zielgruppe ansprechen, die aber dann sehr aktiv ist und so ein Spiel eben nach oben votet, das müssen ja auch nicht alles massentaugliche Spiele sein, aber das gibt schon mal so ein bisschen Hoffnung für dieses Jahr, dass man auch da die Top 25, die Top 50 Liste von Board Game Geek oder vielleicht auch die andere, wo es so nach Must Have und Interested und so gerankt ist, dass man sich die nehmen kann und sich die Titel einfach mal anguckt und dann vielleicht auch irgendwie ein paar neue Geschichten findet, die ganz spannend für einen sein könnten, ihr ahnt es, auch dazu wird es in wenigen Tagen, morgen, übermorgen, irgendwann im Laufe der Woche, ein Video von mir zu geben, wo wir uns den Stand von den Top 25 vor Freude spielen, laut Board Game Geek für die Spiele 2023 einmal angucken, das werden wir ganz kurz für das Spiel nochmal aktualisieren und euch dann natürlich auch Videos machen, welche Spiele ihr euch unserer Meinung nach in bestimmten Genres auf jeden Fall angucken solltet und ja, dann hoffe ich, dass dieser kleine Rückblick auf ja auch im Prinzip so ein bisschen das vergangene Spielejahr und eben die letzte Spiel für euch interessant und spannend war, man könnte sowas auch mit den Spielen von der Spiele vor fünf Jahren machen, dass man da mal guckt, was war dann irgendwie so 2018 aktuell und was gibt es davon noch, wobei das wahrscheinlich, weiß nicht, ob das genauso spannend wird oder nicht, aber ja, das war es dann von mir, wir sehen uns sehr bald mit einem neuen Spielvideo wieder, das ist halt im September, Oktober, November immer so, da dreht sich eigentlich alles um die Neuheiten, ihr seid ja auch immer sehr Neuheit interessiert, wobei wir natürlich auch versuchen werden, Richtung Frühjahr dann ein paar mehr Klassiker auf den Tisch zu bringen und dann sage ich vielen Dank fürs Zugucken, gebt dem Video sehr gerne einen Daumen nach oben, das machen viel weniger Leute als dieses Video gucken, es würde mich sehr freuen, wenn ihr die Zeit gerade nutzt, um nicht aus dem Video zu klicken, sondern kurz auf den Daumen und dann raus zu klicken und dann sage ich vielen Dank fürs Zugucken, macht es gut, bis bald und tschüss. Bis zum nächsten Mal.